Hallo, heute ist der 12. Dezember und ich fang an mit dem Blumenvillierladen. Das ist das Geld, das in den Koffer reinkommt. Jetzt geht es weiter mit Lego Star Wars. Ja. Äh, Rompfiff? Wie zusammengebaut aussieht, zeige ich euch gleich. Jetzt geht es weiter mit Minions. Wie zusammengebaut aussieht, zeige ich euch gleich. Pitz, pitz, warte mit Smarties. Pitz, pitz, pitz. Da sind wir die gleichen Hütte wie hier. Und so sehen die Sachen jetzt zusammengebaut aus. Bei Playmovie, wo war dieses Geld drin für den Koffer. Und bei Minions, dieser Minion, der aber noch nicht fertig ist. Also, ich mach jetzt mal die Brille. Und das von Star Wars war ja auch noch zusammen. So. Jetzt noch Schokolade und tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.